Okay. Komm her und hör auf, so eine Scheiße zu veranstalten. Alter, hör auf mit dieser Scheiße und springt auf ihn zu. Er macht's nicht, Junge. Ich krieg gleich die Katze hier. Ey, so brauche ich erst gar nicht gegen ihn anzutreten, Alter. Verdammte, Hacke, ey. Viel zu viel Energie verloren. Ging nichts und wieder nichts. Jetzt hör auf mit der Scheiße hier. Keiner kann nicht leiden, wirklich keiner. Ist mir langsam scheißegal. Ich hab viel zu viel Leben verloren, ey. Ah, fuck it. Das ist so mit die beschissenste Stelle bis jetzt, Alter. Fuck it. Der Trick ist, dass ich jetzt nur einzelne Sprünge mache. Okay. Den konnten wir jetzt auch ausweichen. Oh, wir haben es echt geschafft. Und jetzt komm. Raus mit dir. Kein Bock mehr auf den Scheiß hier. Komm her, ich lass uns echt null Chance hier, Alter. So, jetzt kommen die Mega-Angriffe hier. Müssen wir Spezialverteidigung wieder rausholen. Scheiße. Alter. Mann, ihr macht's einfach nicht. Der sollt jetzt einfach nach vorne sprinten. Er sollt nach vorne sprinten, damit ich noch anreiten kann. Ach ja, genau. Wenn man springt, um auszuweichen, ist es erst logisch, dass es direkt trifft, Alter. Alter, das wird so eine Rage-Folge. Ich sag's euch. Los, du Spacken, Alter. Okay. Komm. Mit deiner Mega-Attacke ein. Das ist nicht deine Mega-Attacke. Los. So. Es läuft doch jetzt schon mal wesentlich besser. Aber jetzt müssen wir jetzt noch zwei Lebensbalken durchmachen, wie es so aussieht, ey. Es ist unglaublich. Komm her, du scheiß Arschloch, ey. Das lass ich nicht mehr zu. Scheiße. Okay, wir müssen uns jetzt gerade ein bisschen cleverer gestalten. Wir müssen jetzt noch da hinten abhauen. Oh, komm. Es wird noch zehn können jetzt. Ah, fuck it. Könnte ich nicht mehr ausweichen. Alter, ich renne gerade wieder in alles rein. Komm schon, jetzt geh ich noch mit hier, Alter. Okay, wieder auf Distanz bringen. Ach, komm. Okay. Was ist das denn da? Was und jetzt? Komm schon. Schaff mal jetzt. Die Luftattacke ist am einfachsten auszureichen. Ist es jetzt die eine Attacke oder ist es die andere Attacke? Es ist die eine Attacke. Ey, das ist voll ausgewichen gewesen. Okay. Ein bisschen weiter ausweichen. Jetzt setzt das ein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck it, ey. Wieder viel zu viel Leben verloren. Komm her, Lex. Ich hab die Schnauze voll, Alter. Wir müssen das nochmal machen, Alter. Alter. Alter, bleib stehen jetzt. Ich stehe direkt neben ihm. Ach, Naruto. Fuck it, Alter. Ich hab noch... Ich kann ja noch einen reinen Angriff ausweichen, ey. Ich hab noch einen reinen Angriff ausweichen. Wo hast du denn? Wo hast du denn? Was war das dann? Fuck it. Oh, das geht mir gerade gewaltig gegen den Strich hier, ey. Na los. Wir haben keine Angriffspillen, keine Verteidigungspillen. Oh, das geht nicht. mal ziemlich gut hingekriegt. Kein einziges Leben verloren. Wenn wir das jetzt hier zur Hälfte erledigen können, wäre ich überaus glücklich. Komm her. Schön. Wir haben ihn noch mal erwischen können. Bam. Scheiße, mein Sharingan. Mein Sharingan, mein Rasengan. Okay, aufladen. Bisschen ausweichen wieder. Scheiße, ich bin wieder zurückgelaufen, ich Idiot. Jetzt noch ein bisschen draufhauen. Schön. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist jetzt sehr gut gewesen. Okay. Ich kann nicht mehr als ausweichen. Mehr geht einfach nicht. Okay. Okay. Scheiße! Das meine ich! Hör doch mal auf, ihn direkt angreifen zu wollen! Das ist unglaublich! Ich drücke schon extra den Pfeil nach hinten! So, müssen wir weitermahren! Das ist gut, das ist sehr gut, das ist mehr als super, das ist extrem gut! Scheiße! Okay, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr, sehr gut! Das ist verdammt gut! Das ist verdammt mega gut! Das ist richtig gut, ey!